Hallo meine Lieben, wie ihr vielleicht noch erkennen könnt, ich bin gerade aus dem Fitnessstudio raus, bin noch leicht rot, aber weil ich ganz viele Fragen von euch bekommen habe, bezüglich wie ich trainiere und was ich dafür alles habe und wie zum Beispiel meine Fitnesstasche ausschaut, dachte ich mir, mache ich dieses kleine Video und erkläre euch die einzelnen Sachen, wie ich das habe. Also das erste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, beziehungsweise Gadget, wie man es auch immer nennen möchte, ist dieses Pilates Board, oder Platte, wie ich sie nenne. Das kam mit so einer Unterlage, die ich aber nie verwende, weil ich immer meine Yogamatte verwende als Unterlage. Hier auch mache ich meine Balanceübungen, beziehungsweise so ein paar Pilates Übungen. Ich bin kein Pilates Fan, das zeigt gleich. Ich mache nur einzelne Sachen davon und sonst mache ich eher so Bodywork und so. Aber dafür ist sie ganz gut und ich habe sie bei Bia Atletica bestellt. Ich schreibe euch die genaue Adresse noch in die Infobox und falls ihr interessiert seid, ein paar dieser Übungen kennenzulernen, hinterlasst mir doch einen Kommentar. Ich würde mich extremst freuen und ja, auf geht's zum nächsten. Also, was habe ich noch? Ich habe hier alles vorbereitet. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, hier ist das pure Chaos. Aber ja, als zweites sind diese Handeln. Ich weiß gar nicht, wo ich die herhabe. Ich glaube, die hat mir meine Mutter vor 100 Jahren mal zum Geburtsack oder zum Weihnachten geschenkt. Ich habe sie dafür gehasst, weil ich mir gedacht habe, was mache ich mit so einem Scheiß. Jetzt bin ich ein kleiner Sportfreak geworden. Und ja, das sind meine 1,5 Kilo Handeln. Ja, ich weiß. Ich bin einfach aus dem Fitnesscenter draus. Ich bin noch ein bisschen K.O. Aber ich trainiere meistens mit so einem Kilo, wenn es um Bodywork und Ausdauer und Kraft geht, gemischt. Wenn ich nur Kraft mache, greife ich dann schon so zwei, drei Kilo, weil ich wirklich nicht so ausgeprägte Muskeln haben möchte. Besonders nicht bei den Oberarmen. Weil ich finde das bei Frauen manchmal sehr unattraktiv, muss ich leider ehrlich sagen. Deswegen versuche ich eher niedrige Gewichte und dafür, dass auf eine längere Dauer, also auf Ausdauer. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut, das nächste. Ich hasse eigentlich Videos drehen, weil ich mir dann immer denke, was erzähle ich euch? Es sitzt ja nicht vor mir, es ist sehr merkwürdig. Aber irgendwie finde ich das schön, weil mir Leute immer wieder fragen, was ich so mache. Und ich finde das dann blöd, das einfach in einem Text zu verarbeiten. Und deswegen finde ich diese Videosache eigentlich echt cool und toll und freue mich jedes Mal, wenn ich es mache. Nur eskaliert das bei mir, dass ich nie was, weil ich mal einen Satz zu Ende reden sollte und am besten mal aufhören sollte. Zum Beispiel jetzt und einfach weitermachen mit dem, was ich geplant habe. Na gut. Nächstes Gadget ist meine Trinkflasche. Und ja, ihr werdet jetzt denken, hä, Trinkflasche, ganz normal? Nein. Diese ist auch von Biathletica und ich bin verliebt in sie. Sie ist diese von Contigo, heißt die Firma. Und man drückt, erstens drückt man hier einfach drauf. So. Und dann kommt so ein Schnabel raus mit dem Trink und man muss sie nicht mehr kippen, weil hier ein Strohhalm drin ist. Das heißt, man kann einfach so sich erfrischen. Und was ich noch an ihr mag, dass sie mehr als 500 Liter als beinhaltet. Also man kann insgesamt 24 O's, O-Z, however you wanna call that wieder, einfüllen. Und ja, ich liebe sie. Ich bin jetzt schon sehr farblich passend da unterwegs. Also eines meiner Lieblingsgadgets. Das war auch das, was ich mir als, glaube ich, als erstes, nachdem ich diesen 3-4 Monats Fitnesswahn hinter mich gebracht habe. Und gesagt, okay, ich brauche eine Trinkflasche. Weil dieses Dauern, dieses Kippen, ich mag das, ich schütt mich da die echte Zeit an. Weil ich bin auch sehr toll patschig. Deswegen auch das Balance Board. Damit ich mein Körpergefühl etc. bekomme. Gut, was möchte ich euch noch zeigen? Ja, meine Sportbekleidung zum Beispiel. Das habt ihr gesehen. Aber dieses coole Outfit mit dieser extrem coolen Hose habe ich von Fabletics. Ich hoffe, ich spreche das alles immer richtig aus. Das ist so ein cooles Label. Ich war ja früher, ich habe nur Nike Sachen getragen. Und ich mir gedacht habe, okay, Sportbekleidung muss schon halt irgendwie gute Qualität sein. Da gehe ich jetzt nicht unbedingt zu irgendwelchen Billigherstellern. Aber ich habe dann dort bestellt und ich bin immer skeptisch. Online-Bestellungen, hm, man weiß auch nie. Aber ich habe dort bestellt und es ist super gut. Die Qualität dieser Klamotten ist einfach umwerfend. Ich liebe die T-Shirts, weil sie so kleine Details haben, wie zum Beispiel diesen Rückenausschnitt. Dann habe ich, ich habe glaube ich drei Sachen, die was mit dem Rücken irgendwie so, oh. Ja, ich kann euch die noch eins von allen zeigen. Das werde ich auch auf jeden Fall machen, weil ich finde dieses Label echt cool. Und ich habe mir nicht gesagt, dass Kate Hudson so ein cooles Sportlabel haben kann. Wer hätte das gedacht? Na ja, auf jeden Fall, ich bin ein riesen Fan. Und ich finde die Farben auch voll toll. Weil das fehlt mir zum Beispiel bei Nike, da gibt es nie so, ich hasse nicht jede Farbe. Da gibt es einfach alles. Aber gut. Gut. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsgerät seit, glaube ich, warte, lasst mich nicht lügen, fünf Monaten. Und zwar dieser Uhr. Ihr seht es jetzt nicht so groß. Aber das ist ein Fitbit Charge HR. Oder, ja, ihr wisst, ich kann Sachen nicht so gut aussprechen. Ihr verzeiht mir das, weil ihr meine Lieblingsleser seid. Und Zuhörer gerade. Auf jeden Fall, das ist so ein Armband, eine Armbanduhr mit dem Ganzen, wo man Herzfrequenzen messen kann. Dann meins ist sogar so was, dass man, wenn mich jemand anruft, kann ich das zum Beispiel auch sehen, dass ich einen Anruf habe. Ein Schrittzähler ist dabei. Und all diese kleinen Details, die so ein Gerät haben muss. Ich habe das am Anfang eigentlich nur verwendet als Schrittzähler, aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, ich möchte gerne wissen, gehe ich wirklich 10.000 Schritte am Tag. Und, ja, ich gehe sogar 20.000 zum Tag. Was relativ viel ist, weil jetzt sich denkt jeder, also es wird sich ja wahrscheinlich nicht jeder denken, ja, mache ich doch auch. Na, denkst du, wenn du in einem Büro sitzt, zum Beispiel, einfach sagen wir mal 8 Stunden, gehst du maximal 4.000 Schritte. Außer du gehst echt oft zum Drucker, was die wenigsten machen. Es ist mir aufgefallen, wenn ich meine Bürotage habe, dass ich super wenig Schritte gehe. Also es sind 4.000, 5.000 herum, maximal 6.000 kommt drauf an, wie ich am Abend, was ich mache. Aber dadurch, dass ich jetzt versuche, einfach wirklich diese 10.000 Schritte durchzuhalten und durchzuziehen, und da hilft mir dieses Armband extremst. Und es, also, klingt blöd, aber ich finde, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich bewegen möchte. Und, ja. Zu dem Gerät ist noch eins zu sagen, dass es eine App dazu gibt. Man kann das natürlich auch mit seinem Laptop, der steht da jetzt da hinten bei mir, kann man das verbinden, aber ich mache das voll gerne mit meinem iPhone. Und zwar habe ich da einfach, gehe ich in die App rein, und das mit Bluetooth synchronisiert sich, und dann kann ich zum Beispiel total, total, ähm, sehe ich halt eine Auswertung, wie zum Beispiel, wie viele Schritte ich gegangen bin, wie meine Herzschläge pro Minute waren, wie viele Kilometer ich zurückgelegt habe, wie viele verbrannte Kalorien, und wie viele Etagen ich gegangen bin, also wie viele aktive Minuten ich generell hatte. Weil man kann nämlich auch sein Training aufzeichnen, indem man einfach länger drauf drückt, dann misst das nur die Trainingssache, so kann man auch genau sehen, okay, was sind die Erfolge im Training, wie ist die Herzfrequenz da, ist sie zu hoch, etc. Da habe ich zum Beispiel meine, sollte nie über 155 kommen, und ich bin oft weit drüber, das heißt, ich muss schauen, dass ich halt meine Ausdauersachen verbessere, weil dadurch ergibt sich die Herzfrequenz, weil man da nicht sehr gut ist, sollte man das eben verbessern, wurscht. Dann kann man sich einschauen, welche Ziele man hat, zum Beispiel, wenn man abnehmen möchte, wie man geschlafen hat, wird gemessen, indem man zum Beispiel nachdreht. Dann kann man die aufgenommenen Kalorien eingeben, das heißt, du kannst sagen, okay, ich habe heute in der Früh eine Banane und einen Toast gegessen, einen Kaffee getrunken, das zählt dann alles zusammen, und eben auch wichtig, wie viel Wasser man zum Beispiel getrunken hat, weil das ist zum Beispiel was, was ich sehr oft auch vergesse, dass ich trinke, während ich vom Computer sitze, und ja, ich kann von dieser App und von diesem Gerät einfach nur schwärmen, die gibt es in verschiedenen Arten, also es gibt relativ günstige, die einfach nur eher Schrittzähler sind, und meine ist halt dann schon fast eine Stufe zu diesen professionellen Geräten, die wirklich auf Trainingssachen etc. messen. Ja, ich schreibe euch auf jeden Fall den Link wieder in die Infobox, und ich kann das jedem empfehlen, der einfach, ich weiß nicht, ich bin ein kleiner Kontrollfreak, ich brauche sowas, und wer auch so ist, der wird das lieben, und ja, was ich gut finde, ist, man kann Wettkämpfer nämlich machen, mit anderen Usern, das finde ich super cool, und Freunde einladen etc., sein Konto, ach, man kann seine Ziele hochstecken, die Trainingserfassungen, ich bin, also, ich bin ein Riesenfan, wie gesagt, drehen wir es mal weg, und, ja, also, ich glaube, ich würde einfach nicht mehr ohne diese Uhr leben wollen, weil ich war früher überhaupt kein Mensch, der Uhren getragen hat, mir war das auch am Anfang voll unangenehm, aber ich habe mich so daran gewöhnt, man sollte nämlich auch alle vier Tage, drei Tage mal abnehmen, und einfach mal auch ruhen lassen, man sollte nicht damit unter die Dusche gehen, weil sich die Haut auch beruhigen muss, weil es wirklich sehr stark an der Haut anliegt, ich kann euch das mal sagen, wenn ich es aufkriege, das ist auch das Gute, es geht nicht sehr leicht runter, es gibt auch einen leichten Abdruck, und hier liegt halt diese Fläche eben auf, und misst das alles, die muss aber auch wirklich eng anliegen, ja, das ist eigentlich meine absoluten Lieblingsgeräte, obwohl es kein Gerät ist, eher so ein kleines Gadget, aber ich lieb's, gut, last but not least, was ist in meiner Trainingstasche drin, meine Trainingstasche liegt hier unten, die ist von Isberg, ich finde es super praktisch, weil es ist relativ groß, was ich drin habe, habe es in meiner Naki-Trainingschuhe, und ein Frossen-Handtuch, eben von Frossen, weil mir aufgefallen ist, dass wenn ich Handtücher nehme, ich, die haben so eine gute Qualität, und die haben echt dieses, dadurch, dass sie so saugfähig sind, ist es für Schwitzen echt angenehmer, wenn der Arm war, als ich suche, jetzt bin ich dann wieder halb trocken. So, meine Lieben, das war's mit meiner kleinen Vorstellungsrunde, Falls euch das Video gefallen hat, oder ihr irgendwie Anregungen habt, lasst es mich wissen, mit einem Daumen hoch, oder einem Kommentar, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet, und ja, bis ganz bald!